Es ist unabhängig davon, ob das WDP Schweiz oder ich will selber noch was oder irgendwie heißt oder so, dass diese Gemeinschaft da ist und es diesen Austausch ein bisschen gibt. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn ihr solche Sachen macht. Denkt dran, der Gegenüber steht auch. Man wird keinen auf der Straße treffen, der so, ne? Komm, schau. Ja, irgendwas wird da passieren. Irgendwie. Ja. Das meiste geht vorwärts. Also das meiste, was ich bis jetzt gesehen habe, irgendwo in Kneipen oder Diskotheken, wo ich natürlich nur zu Studienzwecken bin. Ja. 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 Ja.